Musik Projekt Manufakturen in Sachsen-Anhalt Besuch des Schausägewerkes Erd in Elbinger-Rode 8.12.2015 Musik Während der Besichtigung des Schausägewerkes erfuhren wir sehr viel über die alte Technik. Um die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen, mussten viele Teile in mühevoller Arbeit per Hand hergestellt werden. Musik Die Maschinen sind 120 Jahre alt. Wir haben gesehen, wie ein dicker Baumstamm in viele Bohlen zersägt wurde. Wir waren erstaunt, wie gut frisches Holz riecht. Gemeinsam bauten wir eine Leiter aus Holz. Musik Musik Wir bedanken uns recht herzlich bei der AFG Harz für die interessante und lehrreiche Führung durch das Schausägewerk. Gefreut hat uns auch, dass uns Stefan Rode vom offenen Kanal Wernigerode begleitete. Die Klasse B4 Musik 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 Musik